Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Weg zum Schuhen. Heute haben wir mal eine kleine Special-Folge, nämlich werden dieses Mal wieder ein paar Einheiten umbenannt. Und ja, ich bin übrigens jetzt zurück von der Gamescom, also falls ich mich irgendwie komisch anhöre, legt es einfach daran, weil ich mir in den letzten drei Tagen die Lunge aus dem Leib geschrien hab. Nee, also ich hab wirklich unglaublich Halsschmerzen gehabt. Ich nehm jetzt so Halsbedingungen, dann geht's eigentlich. Ich hoffe, dass mich meine Stimme mitten im Video nicht verlässt. Naja, ich empfehle euch übrigens unser Gamescom-Video, das heute Abend wahrscheinlich online kommen wird. Also ziemlich zeitgleich mit diesem Video hier, da haben wir so ein halbes Videotagebuch. Das Video sollte so um die 25 bis 30 Minuten gehen, da haben wir so ein paar Sachen. Aber ja, ich will da jetzt eigentlich nicht viel drüber reden. Ihr werdet ab und zu keinen Sound haben, das liegt daran, weil ich ab und zu auf meinen zweiten Bildschirm gehe, weil ich hab mir jetzt sechs Weg zum Schuhen-Folgen rausgepickt, wo ihr Einheitenwünsche geäußert habt. Und mir ist aufgefallen, dass ich mal alle Kommentare durchgelesen hab. Sind weiß ich die Kommentare dabei, da hab ich mir so unendlich einen Arsch abgelacht, weil sie einfach so unglaublich lustig waren. Muss mir am Best-Off, ja, kommt der Schwab wieder raus, am Best-Off draus machen. Übrigens bei mir normal, wenn ich verreise, dann rede ich danach immer ein unglaubliches Schwäbisch, weil ich dann immer, gerade in Köln zum Beispiel, wenn ich mich da mit Chrissy unterhalten habe, haben wir natürlich das breiteste Schwäbisch ausgepackt, das wir nur haben. Und das machen wir einfach aus dem Grund, dass man uns nicht versteht. Das ist eigentlich ganz einfach, das mache ich immer. Sobald ich mal auslande bin, wird breiteste Schwäbisch geredet. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, beziehungsweise mit Ausland meine ich alles außerhalb von Baden-Württemberg. So, also dann gehen wir mal schneller rüber, ich habe dann übrigens manchmal keinen Sound. Okay, wo waren hier? Okay, mal sehen. Ich habe mir das eigentlich so halbwegs notiert. Louis W. will, dass ich die Yari Ashikaro von ihm noch pink mache. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich erstmal gucken muss, wo die Einheiten immer sind, weil ich habe ja jetzt inzwischen schon ein paar mehr. Sollte es eigentlich so eine Suchfunktion geben? Beziehungsweise, es gibt eine Suchfunktion, da können wir mal auf Speer gehen. Da haben wir eine Yari Ashikaro Einheit. W plus eine? Ich dachte, da haben wir auch noch einen Louis W. Okay, die habe ich schon pink gemacht anscheinend. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Okay. Dann, äh, hat hier noch jemand einen Wunsch geäußert. Und zwar wollte jemand, dass ich noch eine Einheit schweben. Okay, das kann man natürlich machen, das ist kein Problem. So, jetzt. Geh weg. Filter ausblenden, perfekt. Ah, in der Reihe kann ich natürlich nicht aus der Armee raus tun. Okay, was kann man denn da für eine Einheit geben? Wir haben doch bestimmt noch irgendwo... Ach komm, der bekommt mal einen Naginata-Begleiter. So. 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 Okay, dann geht es eigentlich auch schon weiter. Ähm. Ja, dann haben wir ein paar 20 durch. Ihr habt da relativ viele Kommentare geschrieben, teilweise. Ich habe mich aber beschwert, das sind zu wenig. Wenn man das aber so im Nachhinein anguckt, das ist dann doch recht viel. Also, da hat Konrad Kürze noch geschrieben, Naginata-Begleiter nennt er super. Ja, ich auch. Ich liebe die Dinge einfach so unglaublich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gemacht habe, aber Jan Brose meinte, ich soll zu einer... Ja, dass es eben alles ein bisschen einheitlicher ist, soll ich mal seine Einheit pink färben. Das ist schon das Problem, dass ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, welche Einheit er bekommen hat. Deswegen muss ich da jetzt einfach mal alle durchklicken. Hab ich übrigens schon gesagt, das ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Okay, was meint er? Ja, er will sie auch noch in pink. Das kann man machen. Im Ernst, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich mag also jetzt nicht unbedingt pink, aber so auffällige Farben. So pink, grün, blau. Blau eher weniger, eher grün. Rot. Okay, und müsste er dann vielleicht, dein Name ist komisch geschrieben. Da kannst du sagen, was du willst. Okay, Ken Coble. Wollte noch eine Einheit namens Kenny. Der Kenny. Das sollte eigentlich schon fast schon Naginata-Begleiter werden. So South Park und so. Nein, wir haben Kenny getötet. Schreiben wir den auch mit C? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise, wir hatten gerade die kugelsicheren Samurai. Ich weiß es nicht. Notfalls können wir den da auch noch reinrennen lassen. Das wäre auch immer ganz lustig, denke ich. Ja, wo sind denn die? Bin ich so unglaublich blind? Offensichtlich schon. Da sind sie ja... Ja, okay, nee, das passt auch. Habe ich jetzt Kenny abgespeichert? Ja, habe ich Kenny. Okay. Okay, dann noch ein paar sehr nützliche Tipps. So, dann gehen wir zum nächsten Video. Jan Prose war positiv darüber überrascht, wie ich meine Kavallerie benutzt habe. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Und... Ja, ich weiß, das hat auch jemand gesagt. Sehr schöner Kampfangriff bei Longyari-Hashikau geskillt. Ich weiß, da muss man eigentlich Verteidigung skillen. Dann First Shock Army hat eh immer die besten Kommentare. Ein weiterer demonstrativer Sieg des wahren Herrscher Japans. Das liest man doch gern sowas. Okay, dann noch ein bisschen Rome-2-Bashing. Habe ich natürlich erst mal mitgemacht. Und jetzt Krogi. Krogi war nämlich schon beim letzten Ding dabei. Ihr wisst ja, ich bin ja absolut gegen Gleichberechtigung jeglicher Art. Nein, Spaß, aber Abonnenten, die halt schon länger dabei sind, bekommen natürlich immer bessere Einheiten. Und weil der Krogi schon so unendlich lang dabei ist und er hat schon sehr, sehr viele Kommentare geschrieben. Auch bei Aktivität der Abonnenten steht er recht weit oben. Es gibt übrigens eine Liste, da steht, welcher Abonnent wie aktiv ist. Bekommt er die Einheit von Skype ja? Weil er hat sich ja gar nicht gemeldet irgendwie. Und wenn er sich nur beschwert... Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo unsere 5-Sterne-Kavalerie ist. Die sollte eigentlich recht schnell auffallen. Ist ja... Kann man jetzt leider nicht umfärben, aber man kann sie wenigstens umbenennen. Oder? Ja, das geht. Krogi... Krogi... So, hab ich richtig geschrieben? Ja. Natürlich kriegt er noch eine. So. So, falls die Zahlenkombination da hinten noch haben, will ich sag schon was. Okay, dann, äh, wie kann man Einheiten... Wie kann man sehen, ob Einheiten geskillt sind? Die Frage habe ich sehr oft bekommen. Ihr geht auf eine Einheit, dann bekommt ihr ja dieses Ding hier eingeblendet. Und wenn da so ein grüner Strich ist, dann heißt es, dass er das geskillt hat. Aber die Frage kam jetzt von drei verschiedenen Leuten und zwar relativ oft. Ähm, allein in Part, welcher Part war es? 9 Uhr 20 von zwei verschiedenen Leuten. Ähm, und dann hat Jan Brose noch gemeint, er mal eine Sache, die Jan Schwaben mag, ist, wie sie die Uhrzeit aussprechen. Gleich wie die Leute in Berlin. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich da so besonders mache. Ich habe eigentlich immer gedacht, das wäre sehr einheitlich und ich mache das wie jeder andere. Aber okay. Was ich aber auch ziemlich interessant finde, äh, ich habe schon festgestellt, ich bin für euch absolut repräsentativ für jeden Schwaben. Wenn ich irgendwas mache, ist das gleich Schwaben-typisch für euch. Deswegen müsste ich mich ja eigentlich voll gut anstellen, dass ich hier mein kleines Völkchen gut darstelle. Aber, äh, naja. Da kann man jetzt sogar streiten, wie gut ich das mache. Aber ich finde es immer ganz interessant. Hat man auch so ein bisschen Identifizierungspotenzial. Ist ja wichtig als YouTuber. So. Okay, Paragraph 30 kann ich euch übrigens nochmal empfehlen. Da bin ich richtig ordentlich abgegangen. Ah, und das ist, dieser Computer war der beste, wenn ich deine Stimme höre, bekomme ich einen harten. Nachgehe ich in den Garten, fahre ich mit meinem Bike, um das Video gut, ich bekomme noch einen Like. Das ist zwar jetzt für jeden, äh, lyrisch, äh, ja, interessierten Menschen. Und die ganzen JBB-Kiddies für, unter euch natürlich, äh, ja, da ist ja gar kein, das ist ja nur einsilviger Reim und so, aber, ja. Ja, ich finde es besser wie nix. Äh, freut man sich natürlich immer über solche Kommentare. So, dann Flüsterfee, den gibt es auch schon seit letztem Mal. Der meinte, ich werde ja nie mitgenommen. Mhm. Und das stimmt. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, welche Einheit er hat. Und dann wird die Einheit erstmal so ein bisschen, äh, in was umbenannt, wo vielleicht etwas häufiger dran kommt. So. Okay, wo haben wir denn? Oder habe ich den überhaupt irgendwo? Habe ich überhaupt eine Einheit nach ihm benannt? Oder war ich jetzt blind? Egal, falls ich sie benannt habe, dann schreibt mir das in die Kommentare. Da bekomme ich nämlich mal die Bogenkriegermönche. Weil, ihr glaubt mir, die werden öfters mal mitgenommen. Du, du, du. Gibt es Üs? Ne, natürlich nicht. So. Perfekt. Dazu wollte ich vielleicht noch von ein paar anderen Leuten, die sehr häufig Kommentare schreiben und vielleicht eine Einheit haben, die nicht so oft drankommt. Denn, das unbedingt zum Beispiel Steven Mast, der schreibt auch ab und zu mal Kommentare. Der bekommt dann, ähm, von mir eine Einheit Katana Samurai. So. Gehen wir weiter. Ah, warte, das muss ich jetzt noch löschen. Hier gibt es leider kein Copy and Paste oder halt ausschneiden. Christi, das passt. Da ist die Mast. Oh mein Gott, dann habe ich dich jetzt sogar zweimal. Das bin ich mal aufgefallen. Ups. Na ja. Dann. Ja, das geht eigentlich. Müsst ihr, ja, nein, vielleicht. Der kriegt Donnerbüchsen, weil ich ihn mit Donnerbüchsen identifiziere, weil er davon irgendwie drei Stück der Stufe 9 hat und mich damit total auseinandergenommen hat. So. Swiss Schnuggi, der kriegt auch eine andere, weil es... Swiss Kronk, HDI, schreibt dann doch auch öfters mal Kommentare. Ich habe jetzt zum Glück so viele von denen. Swiss Kronk, HDI. Aber ich soll ihn ja Swiss Schnuggi nennen. Mit 2G. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, Mr. Alpha, der kommt ja mit. Okay, die einen habe ich gerade nach ihm benannt. Pascal Hoffmann oder Hofmann. Mr. Total War. Da haben wir auch so lange Speere, ist immer noch mein Favorit, was den Namen betrifft. Okay, gut, auch Yannick. Die kommen ja eigentlich relativ oft mit. Der Medusa, der... Dem kann man auch mal was geben, sobald man jetzt was finden, was frei ist. Und zwar gehen wir da mal auf Speer und... ...Naginata. Also ich glaube, ich habe noch ein paar... Ah, ne, habe ich nur zwei davon. Nicht, aber auch noch einen dritten, denke ich mir doch. Kriegt der den Medusa, auch einen YouTuber. Können wir mal vorbeischauen. Ich glaube, er hat uns noch empfohlene... ...Kanäle auch vertreten. Wird jetzt ja noch gar nicht mitgenommen. Boah. So jetzt. Okay, ist jetzt schon. Das passt. Krogi passt ja auch. Der Medusa passt jetzt auch. Und ja, das denke ich mal, passt alles. Okay, dann sind wir damit eigentlich schon fertig. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein extra Part machen. Zum Einheiten etwas benennen. Ähm, wir können auch mal die Rüstungsgarnitur von meinem General ändern, wenn wir schon dabei sind. Weil, ähm, heute wird, wie erwähnt, noch... ...muss noch das Video von mir geschnitten werden, zu Gamescom und allem. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt auch gar keinen Weg zum Shogun bringe, mache ich lieber... ...eins in dieser Form hier. Ich nehme an, den Kopf, da haben wir nichts freigeschalten. Aber Helm haben wir auf jeden Fall freigeschalten. Ich meine, das wäre wenigstens auffällig. Okay. Ich glaube, ich nehme tatsächlich diesen unglaublich hohen. Oh, das ist jetzt ein anderer, oder? Einfach nur, dass man Generalgut identifiziert. Wow, okay, das kommt auch episch. Was haben wir noch? Ja, das ist jetzt wie ein normaler... Nehmen wir das so, ich finde es irgendwie episch. Okay. Nehmen wir das, ist ein bisschen goldener, Pferd, ist ja egal. Ja, hier gut gepanzert. Ist schon immer ein bisschen furchteinflößend. Das ist nicht mal ganz in Ordnung, wo war es denn jetzt? Hey, wo war es denn jetzt? Auf die Eko-Iki geht wirklich baufüssig rum. So, egal. Ich nehme jetzt einfach mal das. Ein hellbraunes Pferd. Ich will eigentlich... Maskiertes, graues Pferd. Maskiertes, hellbraunes... Maskiertes, schwarzbraunes... Gibt es auch ein... Ich will ein schwarzbraunes Pferd. Ich will jetzt irgendwas schwarzes, angsteinflößendes haben. So, ja, das waren wir ja schon. Normales Katana. Ja, da gibt es jetzt nicht viel mehr. Oder normalen Katanas halt. So. Ja, genau. Das ist jetzt wichtig. Die Eko-Iki sind auch ziemlich minimalisch, oder? Hm. So, nehmen wir das. Und wenn wir sie nochmal da... Da haben wir, glaube ich, auch mal ab und zu mal was Neues freigeschalten. Sollten wir eigentlich zumindest. Komm, nehmen wir das. Und der Schutz hier ist ja eigentlich recht egal. So, da hinten das Ding drauf. Ja, da stellt man mal mehrere frei. Irgendwas braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, ich will die Flagge. So, da wird die Infanterie-Flagge größer, auch wenn da selber Kavalerie ist. Oder? Ah, ne, wir nehmen doch die Kavalerie, weil das Logo sag ich mal ein bisschen größer. So, jetzt Wappen hatten wir ja gar keins. Klar, ein Wappelaufstieg. Warten wir müssen doch rauszoomen. Die Dinger sind doch größer wie erwartet. Ah, heißen Flammengeschmitte. Ich finde das... Okay, so Zweiköpfe sind dann halt doch ein bisschen böse. Ach komm, wir nehmen hier Dinge. Allein, ähm... Kommandant der Bürger. Ja, und mit Bürger sehen wir jetzt einfach mal die Abonnenten an. Dann denke ich, passt das. Okay, dann müssen wir jetzt aber dann doch... den, äh... Helm nochmal ändern. Mal doch den Großen. Kommandant der Bürger. So, jetzt machen wir den vielleicht auch noch... irgendwie schwarz oder weiß oder so. Ich weiß, kommt doch ganz gut. Da fällt übrigens auch ein bisschen auf. Wir haben auch weiße noch Flagge. Da denke ich, da passt das. Okay, dann würde ich mal sagen, äh... Dann war es eigentlich auch schon wieder soweit. Ich habe die meisten Kommentare von euch beantwortet. Ihr könnt natürlich weiter in Kommentare schreiben. Die werden dann, wenn auch, äh... erst zwei Wochen später... in so einem Video wirklich durchgeführt. Aber an sich lese ich immer alles. Freue mich natürlich über alles. Und, äh... Ja. Dann war es jetzt auch jetzt von mir. Ich muss nämlich jetzt noch das Gamescom-Video schneiden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Trotz jetzt mal keiner Schlacht. Aber wie erwähnt, sowas braucht Weg zum Shogun einfach. Ähm, dass man wieder alles, äh... Ich sag mal, sortiert ist. Normalerweise könnte ich jetzt mein General noch umskillen. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Dazu will ich nicht drei Klan-Marken ausgeben. Okay. Beziehungsweise können wir noch schauen, was denn der Klan gemacht hat, während ich... weg war. Uff. 22 Provinzen, oh, da war... Das ist natürlich nice. Boah. Gut, okay. In zwei Tagen sind wir dann auf jeden Fall weiter. Okay, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, der Pat hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.